Hallo Ruhe und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Nr. 19 von Killer7 Hier bei Dark Eagle Resistance Ja Wir stehen jetzt vor der Villa von Travel Pearl Harbor in der Dominikanischen Republik Und fordern Einlass Denn er bringt mit seinen Handsome Man Karikaturen die Welt etwas durcheinander Oh, ein weißer Heaven Smile Ein... Nieder Ein rosner Ein gelber Äh... Äh... Was weiß ich... Anscheinend die Farben der Handsome Man Ich finde das ist doch sehr eindeutig, was das hier darstellen soll Aber wir kommen ohne Dan hier nicht durch Das ist Dan Smith, mein Mann! Ja Wie geht es mit der nächsten Wochenende Geschichte? Woah! Das ist unglaublich! Du wirklich kam? Ich glaub nicht, dass ich so viel Macht habe Du bist ein Glück, du kennst das? Lass mich fragen Was passiert mit deinem Prophecy, wenn ich dich jetzt fangen? Oh, ich habe es bereits geschrieben Ich habe die Geschichte geschrieben, damit du sterben Hey! Es ist fast Zeit für ihre Appearance Die Appearance von HEROES You better watch out These handsome men are tough Trust me, I know Cause I wrote them Kill Dan! Give him the old handsome wink stuff Handsome wink Handsome wink Handsome Get down I suggest you don't get too involved Unless of course you want to end up like this fellow here You think you guys can kill me? I didn't know Killer7 had a sense of humor It's showdown Dan Smith I have to breathe I have to breathe You'll pay for Black's death, bloody psychopaths Killer7 Prepare to die We are the punishing rangers The handsome men Sorry But your stupid series ends today I'll finish you all at once if that's more convenient Fine Let's settle this once and for all Seven versus seven Fair and square The place will be Broadway New York At 0400 Wait I'm not finished with you yet Talk about characters out of a comic book Bummer Hh Hh Hhh Jaaa So endet das Leben von Travel Pearl Harbor Und... quasi... ...erster Absatz Ähhhhhh Also der erste Teil von diesem Kapitel Das Kapitel ist nicht so klar in zwei Teile geteilt, denn das hier steht Teil 1 erledigt oder sonst was. Trotzdem kehren wir nochmal zurück zum Umbargen. Das Kapitel ist nicht so klar, dass die Handsome-Men angelehnt sind. Natürlich an sehr bekannte Japano-amerikanische Comic-Helden. Habt ihr früher gerne Power Rangers gesehen? Ich weiß es nicht. Also, mir persönlich war das eigentlich immer ein Grund zum Abschalten, weil ich die Geschichten so doof fand. Ich habe natürlich ein paar Folgen gesehen, aber ein besonderer Fan der Power Rangers war ich eigentlich. Das Militärische Part am Wolkenkratzer Broadway Duell mit dem Handsome-Man, dem Anonymen Bestrafungskommando. Eigentlich sollten es die Handsome-Man sein, also mit E. Sie kommen! Des Spielfeld Das ist das Handsome-Man. Was ist das Handsome-Man. Handsome-Man! 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 Handsome purple! Handsome purple! Handsome white purple! Handsome pink! Handsome pink! Handsome pink! Handsome gold! Wir sind die Rangländer! The Handsome Men! Sie sind wirklich hier! Sie sehen das? Eine wirkliche Handsome pose! Hope you guys are ready! I must say, to decide where you will die is a gallant act. Fitting for the killer seven, don't you think? I think that's enough chitchat. Shall we begin? Why not? I've got the ultimate cards matched up! Let's get it on! First match up. One vs. One. We're going to start with Harman Smith. Harman Smith vs. Handsome red! Harman Smith vs. Handsome red! Haji-me! 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 Das ging schnell. Aufladen. Schade, schade. Conn verliert. Unser 3. Matchup ist Coyote Smith vs Handsome Gold. Du bist verabschiedet. Unser 3. Matchup ist Coyote Smith vs Handsome Lightbrown. Hajime, Hajime! Unser 3. Matchup ist Coyote Smith vs Handsome Dead. Hajime, Hajime! 6. Matchup, Matchup, Dan Smith vs. Handsome Blue! 9. Matchup, Matchup, Coach! NICHTS für ihn, wenn der uns mal kopiert. Er schießt nur, wenn wir schießen. Interessant. Das war eine schlechte Strategie von ihm. Damit steht's 3 zu 3 und der entscheidende Kampf ist... ... Smith vs. Handsome Purple! Hanjibe, Hanjibe! Schade, schade. Damit ist es aus. Doch was ist das? Wir kommen in ultimativerer Rüstung zurück... ...und starten den Kampf erneut. Warum nicht mal groß nachladen? Eigentlich brauchen wir überhaupt nicht mehr nachladen. So, wie's aussieht. Käppst du jetzt mal um hier? Ja, etwas ermüdend... ... mit den Daumen... ... mit den Darmaten waren. Ich bin etwas bescheuert... Ähm... Das hätten wir gleich machen sollen. Final Matchup! Garcian Smith vs. Handsome Pink! Hajime! Hajime! Das ist doch nicht 7 gegen 7, sondern 8 gegen 8 anscheinend. Die Frau ist ein avider Gamer. Seine Welt der Spiele und die reale Welt sind als eine. Schön, dich zu treffen, Herr Killer-Garcian. Mein Name ist Love. Wie kennst du meinen Namen? Weil ich die Geschichte schreibe, Herr. Ich verstehe. Hier ist die Sache. Ich arbeite für Elektro-In-Line, Inc. Ich schreibe Propaganda mit Medien, duhst du? Du sagst, dass sie alle Elektro-In-Line-Advertisementen sind? Das ist deshalb, dass ich sie runtergebrachte. Ich mache sie für Trevor's Tod. Kannst du wirklich das tun? Ich mache sicher, dass die Justiz ist fertig. Aber in meinem Buch, doch. Ihr seid sicher, dass es in der nächsten Woche ist. Ich bin sehr glücklich, Herr Killer-Garcian. Ich bin sehr glücklich, Herr Killer-Garcian. Der Freude ist all mine. Liebe, dein Passion ist inspirierend für uns alle. Danke. Ich werde dich sehen, Herr. Herr Killer-Garcian. medo Influencedotisch Signis DASU fällt einem jetzt eh nichts mehr ein. Wir haben das Kapitel erledigt! Endlich! Noch ein kurzes Kapitel. Öffne dein Herz und zeige uns dein Lächeln. Und genau da geht's jetzt auch hin zum nächsten Kapitel, das heißt nämlich Lächeln! Und man sieht es ist ganz unten, das heißt wir sind schon fast am Ende. Egal! Lächeln! Beziehungsweise eigentlich heißt es lachendes Gesicht, wörtlich. Lächeln! 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 ... der ihn beeinflusst hat in irgendeiner Form. Mal schauen, was unser nächster Auftrag wird. Wahrscheinlich eher selbst. Haben Sie auf Ihren Vortrag entschieden? Wenn Sie nicht, lassen Sie die Republik-Partei die größte von Ihrem Vortrag zu machen. Danke und einen schönen Tag! Oh, das ist, ähm... Wie heißt er so schön? Unfortunate? Check. Was eine Coincidence. Check. Das Mal, das Spiel ist mir. Willst du eine Geschichte hören, Harman? Warum nicht? Da war ein junger Mann, der hat eine promising Zukunft. Die Position der Vortrag war sein, und niemand konnte das von ihm nehmen. Ein Spiel war ein fairer Spiel. Niemand blieb die Wurzeln auf ihn. Jeder lief ihn. Nicht zu sagen, dass seine Kampus-Sweetheart ist. Oh, sie war etwas. Sie waren die perfekte Gruppe. Er hat aus Kolumbien mit einem MBA. Ihre Möglichkeit war infinite. Er konnte, was er wollte mit seiner Leben. Aber war er satisfied? Nein. Jeder Nacht, er würde grünen. Begge dem Herrn. Was tief in ihm brauchte eine Erweiterung. Und dann, ein Tag, es passiert. Das Moment, wenn der Sub-Könschen riecht auf die Ebene. Die Art, was es triggert, war sehr einfach. Es passiert, als seine Mutter ihn zu ihm, eine Nacht. Als wenn der spirit von Jack the Ripper hat über seinen Körper genommen. Er riecht und riecht, bis man konnte nicht wissen, wer sie war. Sie wissen, was ich denke? Ein Angel whispered in seine Augen. Der Angel gab ihm die extra courage, er hatte die Divine Retribution. Sie deserved. Sie war nicht der Hells Angel? Ich bin sicher, sie hatte nur gute Intentions. Sie sind wirklich ein Villain. Ich hatte nichts damit zu tun. Aber ich muss sagen, meine Erinnerung hat heute ein bisschen mistig geworden. ...abgesehen davon, dass es alles irre ist, was hier passiert. Solltet ihr wirklich ein wenig... ...miträtseln und... ...das Ganze in die Story einordnen. Es lohnt sich. ... 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